Morgänger. Lame. Ich sitze an mich selbst. Ich sollte nicht um 5 Uhr pennen gehen, wenn der Tag voll geplant ist. Man hört es. Man hört es. Aber das Gute ist, wenn du müde wärst, dann wären das diese, ich rede nicht mehr, aber One vs. Nine Performance. Da war auch das Ringer Game. Ja, stimmt. Ich erinnere mich. Wo einfach, Tim, man hört nichts, der macht einen Triple Kill. Ich denke mir, das ist schon gut, was der da macht. Erst heute Morgen ein Meeting, dann TTT-Aufnahme, dann streamen jetzt King auf Spanner, Alter. Jo, ich bin auch gut geredet. Das harte Leben, meine Sehnenflüge. Was, was wollen wir jetzt gehen? Uns fehlt halt noch ein bisschen DPS auf jeden Fall. Also ich kann auf jeden Fall Corki gehen. Wie sieht es mit Ryze aus? Corki finde ich gut. Also Ryze top? Corki ist ja gut gewickelt. Irgendwas womit wir in der Mitte ganken können. Ey, irgendwie nicht Ryze, nicht so geil. Willst du Corki haben, oder was? Kannst du mir Anivia geben, gib mir Anivia, actually. Da können wir in der Mitte besser ganken. Du sagst, gib mir Nieder. Ja, gib mir Anivia. Ich glaube, ich kann das Game in Zweifel zahlen, wenn es richtig schief geht. Wir haben ein gutes Gang-Setup Mitte. Mein kleines, glaube ich, tot. Warte, am schweren? Hm. Durchpicken? Vielleicht wieder einen Kennen? Dann nehme ich... Nö, 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 nö. Ich gehe Kamil. Blind. Mutig. Oh, der Typ eh nur Tanks spät. Oder selber, ja, Poppy geht wahrscheinlich. Aber ist okay. Ist das Mauke-Match-Up nicht hart abfucken? Oh, Poppy. 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 Poppy, Poppy. Boah, ich komme schon so auf einem Essen wie Köln. Castle Poppy, meine Ultimate? Was? Meine Ultimate? Ist das ein Dash? Ne, dein Ult nicht, aber dein E. Okay. I was made for this, literally. Oh, wer hat da? Da kam gerade das Essen, wa? Er trädelt nicht mehr her. Blattwurmpeike ist geiler als der andere, oder? Oh. Jetzt fucking go. Die Soraka-Campen war kaputt. Ihr könnt euch auch mit wie zu Hause fühlen, ne? Ja. Andi, wäre einfach so gut. Ich bin ja selbst gegen dir nur dabei richtig strong. Hm, der stimmt. Brillanter Pick. Ja, das Problem ist halt so, dass wir halt, sobald wir roam, halt richtig hart reingepusht werden, ne? Das ist halt das Einzige, was nicht so geil ist. Ja, aber das ja. Aber das war, also wir werden so oder so hart reingepusht. Ja, eben. Und ich kann ja, wir können ja später auch swappen und ich halt 1 vs. 2. Ja. Oh, Kutsu, du hast Flash dabei. Nein! Oh mein Gott. Jetzt kriegt der Yumi. Und das ihn. Warum sagst du mir das mal Null, Alter? Es ist mir gerade auch mal so geil. Und du hast auch noch Ignite dabei. Oh mein Gott. Ich bin Double Ignite. Also geil. Gegen Soraka ist EOP. Eieiei. Na gut. Wie ist der Level 1 Gang mit Lane? Wie seht ihr euch da? Ihr werdet unten noch eh reingepusht, oder? Ja, ja, komplett. Weiß ich gar nicht. Level 1. Was gibst du da im Q? Ja. Ich meine, Anivir. Also es gibt ja sowieso 1 Q, ne? Ja, ja. Ich kann halt nur für Wall gehen. Dann muss er halt safe flashen. Ja, also wenn der Yumi slow trifft. Ich meine, wir werden höchstwahrscheinlich nur einen Flash kriegen, ne? Aber er hat ja keinen Cleans. Wenn der Flash raus ist, ist es halt mit Sekt. Der kann halt die Lane nicht mehr spielen, ne? Mhm. Alter, was ist denn bei der Siewehr los? Warum? Och. Muss auch nicht. Hä? Das Splashart. Hat mich kurz fasziniert. Ach so, das meinst du. Ihr habt Bock. Na, mal gucken. Mal gucken. Ich glaube, das kann man es werden. Ja, schönes Level 1 mit Lane. Da sehe ich schon. Warum habe ich meine Summoners verkackt? Okay. Okay. Okay, kann doch. Machen wir ein Remake, oder? Eh. War wieder best auf Twitch, halt. Was sind die so schlecht gelaunt, Alter? Sieht man mal wieder, wer der Schauspieler im Stream ist. Näh. Das ist einfach nur Triad. Tim ist im Koma. Kevin ist konzentriert. Koma ist, Koma ist, Koma passt das echt gut zusammen. Ich muss ein Liga spielen. Dann hat er gegen den Rolls PC. Äh, diese Rugga spielen mit Thiel, die haben hier TP-Word, ne? 743 guckt auf, Alter. Alter, ich habe die über das geile Idee. Geil. Die geile Idee. Ja, geile Idee. Ich schreibe einfach ein Buch und nenne das Twitch-Chat-Perlen. Alter. Alter. Actually gut. Kann man echt ein Screenshot überhaupt. Liebe Marlen, mir kam gerade eine tolle Idee. Und Primetime Strike ist mein erstes Kapitel. Was hat er geschrieben? Achso, das, was du gerade gesagt hast. Ja. Du bist auf Seite 1, mein Lieber. Hütchen auf. Trüpa. Reinkacken. Genau. Okay, also wir versuchen, Level 1-Spot mit dem was zu machen. Ja, ja, ja. Und dann, wie sieht dein Gameplan aus, Tim? Bot, sehr gut. Boah, wie der gerade eben, ne? Ich meine, wenn der Victor wirklich flasht, dann kann ich den halt wallen und dann ist er halt mit 6 so free. Ja. Aber Botlane ist auf Level 3 halt auch super high. Und wallen! Och Mann, yay, 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 yay. Tim, wollen wir morgen saufen gehen? Ähm, boah, morgen Abend? Nee, morgen Vormittag. Oder Samstag. Schön mit Wieland. Achso, ich dachte wirklich morgen Mittag. Schön mit Wieland, Alter. Ja, Samstag würde mir, glaube ich, sogar besser passen. Weil, ich schreib dir nochmal. Alter, ich hab irgendwas im Auge. Ich heule einfach nur. Okay, Leute. Fokus. Das Game haben wir. Ich bin die Seed. Oh Mann. Echt jetzt? Da bin ich wieder, hallo. Hallo. Alter. Ich heule, das Game haben wir. Ich so, ja, die Seed. Hört ihr mich dann eigentlich noch im TS? Ja, ja. Ja. So dumm. Dein Internet ist weiß. Dann liegt das aber eher im Kleinen, oder? Nee, also. Ja, ich muss mal drauf achten. Also im ersten Game war es so, dass dann auch jedes Mal, nachdem der Leck war, stand mein Ping dann auch als 800 irgendwas. Ja, okay. Aber ist strange, weil eigentlich fährt das im TS ja auch. Kevin hat heute keine Lust gehabt, oder? Was haben die eigentlich jetzt für ein Handicap? Die haben keins. Das nächste Game ist Handicap. Ach ja. Das heißt, wenn wir gewinnen, haben wir wieder eins. Level 1, Jungs, ne? Kommt ihr? Ja, ja, ja. Also Wacka ist hier, die sieht uns halt, ne? Ja, geht doch außen rum. Ja, mach ich auch. Ich krieg keinen Pull. Bitte nicht. Ja, Arschköpfe. Na ja, okay. Brauchst du unbedingt einen, oder? Nö, nö. Wollt ihr von hier kommen und ich komm von hier? Mal probieren. Kann ja sein, dass ich hier gewordert habe, ne? Dann sehen die uns. Ah, sehen die uns so oder so. Boah. Ich komme. Seid ihr ready? Ja. Ola! Alter, ist das so toxic! Ich bin gerade fast gestorben. Oh, ich habe keine Alteams gekauft. Alter, ich bin, Junge. Du hast nicht mal ein Camp geschafft? Geh einfach schlafen, ey. Alter. Und ich dachte, eben wäre er runtergerannt. Oh Mann, ey. Können wir Max wiederholen, ey? Egal, ich habe ein Pinkwort. Wunder, dass du nicht mehr Grandmaster bist, ey. Oh shit. Ich kenne uns gerade so, Leute. Ja, ja, ja. Ja, sorry. Was passiert? Geht es schnell, wenn man mal die Items nicht eingepackt wird. Passiert doch jeden Mal. Ich dachte so, hä, warum bin ich tot? Vor allem die Passive ist ja wahrscheinlich auch noch draufgegangen, ne? Ist draufgegangen. Ist draufgegangen. Achso, ja, geil. Ach, aber du hast sie trotzdem. Ja. Ich habe euch halt beim First-Man zugeguckt, weil ich dachte so, ja gut, ich habe halt Dings, ne? Ich werde schon nicht sterben. War eine Fehlerzeige. Aber dann. Geh mal E-W-Level 2 für den, oder? Ah, den, den Sustent kriege ich ja über die Passive, ne? Jetzt bin ich halt nicht mal, oh mein Gott, weil ich kaum XP gekriegt habe für den Großen. Dann Level 1. Ach du Scheiße. Alter. Erstmal ein Schoko-Colana am Samstag, Tim. Ja, Mann. Auch ganz entspannt. Ich freue mich auf den Chat gleich, ey. Ja, das ist ein Mente-Breakdown, glaube ich, da. Nur Notfall Level 3. Der ist schon Level 3? Ja, der hat Iems gekauft. Ach, wirklich, Sola. Das war ein Witz. Mach mal klar, Krabbe. Boah, ich freue mich so auf meinen ersten Recoil, das wird so ein geiles Erlebnis. Wow, akutscher. Ich glaube, der macht den kompletten Top-Side-Jungle noch, ne? Ich brauche ein bisschen. Wir können, äh, nur eine Committe. Ja, ich kann den Blocken. Komm, wir kommen, wir kommen, wir kommen. Aber die Mutter auch. Aber die Mutter auch. Naja, aber die Mutter auch. Ja, ich komme auch. Ich komme auch. Wir spülen das. Wir spülen das. Hier kommen die gleich. Shit. Die bin ich ziemlich tripp, glaube ich, oder? Ola? Ich habe getrollt. Oh Mann, deswegen lasse ich dich kein Pei spielen, Alter. Ey, so. Hey, jetzt geht doch mal. Können wir doch den Uno? Ne, nicht. Daher, 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 Johnny. Was? Ich. 50 Mana. Gerade Eck verloren. Rein da! Wer hätte schlimmer kommen können, ne? Auch bedeutend besser. Probier mal deine Hook-Combo nur auf deine Hucke zu machen, Sola. Deine Ehe. Ja. Weil alles andere sieht nach Hardland aus. Ja, ja, ist schon recht. Ich spiel trotzdem mit Handicap. Aber wie er nicht stirbt. Jetzt ist in seinem Kopf jetzt dieser Scheiß-Portlin nicht gepullt, Manu. Es gibt Jungler, die würden euch reporten, ne? Einfach dann. Dem sie vergessen haben, Items zu kaufen. Das ist auch nochmal so eine ganz eigene Gattung. Also Midlane, Overstate halt hart, ne? Der hat immer auch keinen Flash. Vielleicht kommt der Twitch-Shit. Können wir die welchen noch gepusht? Irgendwann hat die gepusht? Gleichsam glaube ich, dass Tim einfach kein Handicap braucht. Der ist einfach schon Handicapt, ey. Ja. Was soll ich machen? Weiß ich nicht. Items kaufen wäre der Anfang. Weniger Drogen, mein Junge. Ne, das kommt nicht in Frage. Sehr langwürdig. Hui, scheiße. Können wir mit ihm? Ja. Mein Poppy ist so gut gegen Zack. Bin auch auf dem Weg. Boah, wenn du den auch in meinen Q gezogen hättest, ne? Kannst du sharen hier noch? Der share doch mit mir. Ich habe keinen Relic. Ja, da bin ich doch rein. Haha. Ca ist ja einfach dran. Na, wart nem für's. Dolly, der ist ja der Kommunist, ey. Darwin ist aber auch jetzt im Tunnel glaube ich. Der fokussает. Darwin spielt nebenbei TFT. Ja wahrscheinlich. Der wurde endlich eingeloggt, aber du beantrag doch einfach nen Dings-Account. Hab ich schon bekommen jetzt. Ah ok. Bei wem muss man sich da mehr hin? Das darf ich nicht sagen, weil der hat keine mehr. Oh. Ich brauch eh keinen. Ich bin einfach eingeloggt bis es rauskommt. Nunu ist mitte? Botzeit? Naja der hat... Du immer noch eingeloggt? Joa. Goll. Hier haben sie Ward. Ah die haben sie nicht. Victor Half-Life. Ich hasse Nunu so sehr ne? Der Flasht wieder ab oder? Oh Nunu ist da. Komm mal, ich komm mal, ich komm mal, ich komm mal. Bot-move auch. Kriegen wir? Ah full shot. Bot ist miss. Die auf den. Die machen Krabbe, die machen Krabbe. Können die kommen? Können die move'n? Die fighten, die fighten. Wir können hier noch? Oh fuck. Da, bin da, bin da, bin da. Ist auch auf? Keine Stun. Kann man da krass. Kann man oder? Ja. Die Soraka, die Soraka, Soraka? Ah die Flash? Weiß ich nicht. Wahrscheinlich ja. Oh my god. Keine Vision. Warte ich geb dir Vision. Oh, können wir Blue barf? Boah. Ich liebe gerne. Wir können auch noch auf die Soraka gehen. Willst du über die Wall, über die Soraka? Ich bin noch die. Ich bin noch nicht so weit. Das ist gut. Oh du bist in den Minutes gemoved. Ich hab keine Q. Nice. Good job. Platings sind eine gute Idee auf jeden Fall. Macht nichts Spaß gegen Platings. Weiß ich schaff sie nicht. Echt? Muss ich kommen? Boah. Hab ich. Ja, Zivio ist miss, Zivio ist miss. Okay nicht. Kann ich den angucken und der zack fällt oben. Ich bin aber auch echt klein jetzt. Und dein Penis auch. Ja. Äh. Du wirst dich nur von deinem Jungler nicht hören möchtest. E-Base? Ich weiß nicht, was die Minutes hier ist. Geil ey. Zweimal geroben, nicht mal kill. Ich kann. Na Toproam macht keinen Sinn, oder? Äh. Du hast kein Level 6. Du machst keinen Sinn. Mit der hat wieder Flash jetzt, oder? Ja. Ach, Zivio hat kein Flash. Der hat grad eben geflasht. Sicher? Zivio? Zivio hat grad keinen. Ja, Zivio hat auch keinen. Zivio hat auch keinen Flash. Zivio hat auch keinen Flash. Ja, die werden resetten. Stimmt, stimmt, stimmt. Zivio ist grad aus der Base. Zivio ist grad aus der Base. Zivio ist grad aus der Base. Zivio wird irgendwo geworden gehen grad. Ich bin nach der Rave auf Level 6. Machen die Drake. Mh, Victus miss. Ne, die sind oben. Alter, die haben ein bisschen Pop auf dem Weg, ne? Oh, sorry man. Puh. Blocker ist Mitte. Ich bin jetzt 6. Wir pushen nach der Rave, dann können wir roam gehen. Alter, wie sie movement speed kippt. Das ist totes. Sorry Kevin. Das war mal wert. Ach, fucking ey. Wollen wir die hier? Ja, wir kommen, wir kommen. Der hat keinen Flash, der hat keinen Flash. Was ist das denn? Warum glaub ich denn stehen? Können wir Mitte? Ja, ne. Der rollt immer weg, oder? Lass wir CV gehen. Ich unterschätze die mal unsere Ult, meine Ult. Jo, die geht zwei Mal vor. Ah, die sind schon wieder in Top. Was ist denn da los? Komm, ich kann halt nicht über den, äh, hier, äh, flashen. Über den fucking Schneeball, das riggt. Der Drake will uns gleich auch richtig gut tun. Ich mein, das wird doch nicht Wolf sein, oder? Wird die da machen. Ich gehe Mitte wieder Base. Der Wiktor hat auch keinen Flash hast du gesagt, ne? Ja. Dachte wir da irgendwie nochmal. Ja, ne, ich hab keine Ahnung. Ja, ich hab auch keine Ult. Ich weiß nicht, wir haben beide keine Ult. Aber ja, wir haben Ignite Ready, Doppel Ignite. Da ist Flash. Nee, da kann ich nicht reingehen. Ah, ist okay. Flash draus. Mitte wieder Mist. Keine Ahnung. Und die, die. Ja. 20 Euro. Der hat jetzt Mercs. Ein bisschen schwerer, aber immer noch frei. Der Boots shredding. Jetzt geht's richtig ab. Jetzt, jetzt ist die Klitzerei. Geil. Äh, Viktor wieder richtig top. Die haben Harrod genommen. Die, die. Ich komme, ich komme. Die wollen nicht da, wahrscheinlich. Naja, die kommen nicht da. Die kann's keiner in die Werder retten. Okay. Ich weiß nicht, ob die wieder Flash hat. Könnte knapp sein. Wir kommen, wir kommen, wir kommen. Die haben wir, die haben wir. Die haben wir, die haben wir. Oh, ich hab einen Kill. Gibt's ja nicht. Mitte, 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 Mitte. Ja, bis weh. Ich hab keine Ult. Ich hab Ult. Wir sind hier beide. Spawn die Harrod. Nein. Können wir fighten. Oh, nice. Haben wir noch ein Reset? Ja, ne? Ja, ja, ja. Nur du first. Oh, fuck. Ich kann wall. Freize. Haben wir, haben wir, haben wir. Ja, haben wir. Nein, ich führe so viel Damage. Are you kidding me? Die? Feiner. Wir können direkt Bottle rotieren. So. Wir machen mal Mitte, ich geh runter. Ja, Mitte können wir nix machen. Nee, nee, Mitte. Geht nix. Will wir Drake nehmen? Ja. Dass die Soraka hier den ganzen Tag den Mittler in den Turm läuft, ne? Wenn ich pushen will, ist die einfach da. What the fuck? Victory. Noch nicht, Johnny. Noch nicht. Was? Was? Victory. Was? Wow. Ich hab Ult in 30. Ich hab rot schon fertig, ich bin ziemlich froh. Warte, warte, warte. Warum bin ich so fröhlich? So fröhlich, so fröhlich. Hat der Victor wieder Flash? Muss, ja. Okay. Sie hat keinen Flash, lass auf Sie gehen. Oh, ich hab Ult in 8. Soll wir noch kurz warten? Ja, wir kommen ja eh nicht rechtzeitig. Victor's Bot, die move'n alle Bot. Noch kein TP. Ich komme. Kannst du rufen? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Scheiße, sorry. Bis hier hat, bis hier hat. Ja, hab ich getrollt. Leute, wir brauchen Hilfe unten, ne? Die haben der Herald. Ja, ja, wir move'n. Oh fuck. Oh, die haben Herald, ne? Kannst du Bot munter? Ja, ja. Wo schnell durch, ne? Ich kann... Ja, ja, wir kommen. Ah scheiße, die Ult, was auf der hat. Man, fucking hell. Kriegen glaube ich sogar... Kriegen die Iniptoid? Ne, ne. Also, die kriegen den Charge und war das aber. Ich hab jetzt schon ein ziemlicher Cockblock, ne? Ja. Oh. Kann halt nicht rein. Aber wir haben... Aber wir kriegen Kevin jetzt gut farmen. Ult in 50. Hier, 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 hier. Hier, 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 hier. Okay, die pieten, ja. Der Nunu, der Nunu, der Nunu. Ja, ich komme, ich komme. Kann ich hier noch? Nunu, Nunu. Ja, ja, wir move'n, wir move'n, wir move'n. 5 Sekunden W, 5 Sekunden W. Ich glaube, ich bin hier sofort flott. Können wir machen, können wir machen, können wir machen. Nunu? Nunu first. Oh, 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 oh. Das ist nicht mehr in meiner Ult. Ich hab wieder Ult. Können wir auf den Sack, Alter. Bisschen aufpassen, Solar, ne? Was denn? Möglichst versuchen, den in meiner Ult zu halten, dann. Ach so, hab ich nicht gesehen. So, ihr kommt top, ihr kommt top, ihr kommt top. Ihr kommt top. Ja, ich kann mal spielen. Ja, Ignite ready, das können wir spielen. Bereit? Mich auch noch move'n? Ne, ne? Oh mein'gall, er hat noch dieses Schild rausbekommen. Oh mein'gall, er hat noch dieses Schild rausbekommen. Oh mein'gall, er war nicht so weit. Ohhhh. Gehen, geh, 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 geh. Weck, weg, weg. Zwei Sekunden W. Ich hab gleich ein Heal. Komm mal. Soraka, beide Thumbs down. Habt ihr nicht? Oha. Geh, 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 geh. Geh, geh, geh. Geh, 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 geh. Geh, 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 geh. Ich komm hinterher. Ja, go, go. Die haben wir. Okay, Soraka, beide Thumbs down, ne? Wie lang weh, wie lang weh? Acht. Weiter, weiter, weiter. Oh no. Geht das schon ham. Nudelkopf von hier, ne? Busch mal top weiter. Ich glaub, ihr solltet noch die Wake holen. Ja? Ja. Ich hab halt 2k Gold fast. Aber ja. Ja, trotzdem kriegst du das im. Äh, Zims, Soraka, keine Thumbs, wollen wir? Äh, hab grad eh auf cooldown. Der pefft den ganzen Tag einfach Mitte. Keine Ahnung. So random. Ja, mein Herz schlägt immer die ganze Zeit, wenn ich bei Pyke irgendwie reingehe, Alter. Wie viel intens. Meinst du nicht? Na gut. Ich schlag mich mal, ich bin immer selber. Oh, ich bleib ziemlich tot, Alter. Weiß auch nicht. Also vielleicht überleb' ich dann auch, ne? Gar nicht aus, als wär nämlich sie ja fisten. Ah, es war zu grügelig. Wollt unbedingt die Soraka killen. Sollen wir defen können? Ah, die Poppy. Echer Doofkopf spielt den Tank of Damage. Kannst du in die Mitte gehen, Tim? Ja. Frau in die Mitte, Alter. Können wir defen, können wir defen. Backshift ist gerade, äh, Flashy ist raus gerade. Mal spielen? Ja, boll, ja, boll. Ja, boll, ja, ja. Poppy ist jetzt raus. Äh, Kevin ist raus. Könnt ihr warnen? Warn, warn. Könnt ihr warnen? Hier steht einer. Ja. Oh, will ich da rein? Äh, Poppy, Poppy und Zivik ein Flash. Ah, shit. Ich hab nur ne Rohr. Ich hab nur ne Rohr. Ich hab nur ne Rohr. Ich hab nix abgehaut. Ich bin tot. Naja, ich hätte wahrscheinlich nicht reingehen sollen, die haben nicht bursten können. Ich dachte, wir kriegen die ein Execute Range, my bad. Ai, 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 ai. Ich weiß nicht, warum die Poppy so tanky ist. Weil die 6-1 geht, oder was? Weil die 6-1 geht, oder was? Uh, fuck. Ja, ich muss, ich muss aber länger, länger warten auf jeden Fall auf euch. Ich darf da nicht als Erster rein. Aber wenn ich den Jumpter von, von Tim sehe, dann kriegen wir da einfach die Siegerhundzeit, aber. Ja, ja, wenn ich da noch Ulti habe, dann schlägen wir den Fight. Das blimst, dass wir noch keinen DPS haben. Ich weiß auch nicht, ob wir den durchkriegen werden mit Anivia. Auch kriegen wir schon, ja, ja. Wenn wir die Backlange One Shot kriegen, mit Zac und Camille, Pyke. Ich glaub, das ist klar. Ja, wir kommen. So, die haben wir. Oh mein Gott. Was war das für ein Heal? Oh, die Shit. Ich hab sowieso abgewöhnen, wenn man Pyke spielt, dass man nicht für so ein Free-Kill ultiht. Ja, ja, hast schon recht. Ja, kann man schon machen. Bei 4 Assists wär halt schon geil, ne? Wären halt irgendwie 400 extra Gold, oder so. Ja. Nicht? Kriegt nicht jeder das volle Gold? Äh. Nur einer. Das wär komplett broken. Ja, dachte ich. Ich geh bot die Wave vorhin rein. Tim, äh, käme wird oben gecollapst. Vielleicht könnte die Mitte rat holen. Können wir den? Ja, wir musen. 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 Und wir musen. Einfach Drey, kann auch sein. Ja ok, weiter. Ja schon 10, da müssen wir auch aufpassen. Glaub ich schon relativ flippen. Hier 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 hier. Ich glaube die können wir top nicht killen oder? Ja ja, höchstwahrscheinlich. Oh fuck, ne. Da war ein Viktor. Ich kann hochkommen mit Stefan, aber ist die Frage ob die Elfer Nash gehen können. Ich versuche darüber zu bohren. Vielleicht können wir hier den Viktor gleich. Meinen Sie haben wir wischen? Ja. Hab ich glaube ich gecleared eigentlich. Viktor, kein Flash. Die machen Nash. Ja, was hier wird oder machen können. Poppise und mich halt ne. Und hat mich weggeschlagen. 1,8. Das haben die. Der Poppise ist halt useless gegen den Combo alter. Also legit. Ah, ihr habt mir wischen. Na ja, wenn ich die 2, 3 Uils besser sitze, dann ich sterbe, dann sieht das vielleicht anders aus. Das weiß ich nicht. Alter. Kein Vuno? Bin hier drin. Bin hier drin. Aber... Habe ich einfach nicht zu stirbt oder was? Ne, jetzt hat niemand in Execute Range. Das ist so unlucky. Ach, Soraka hier. Ne, Soraka? Jaja. Jaja, die war gerade am Ende, ja. Da habt ihr recht. Puh. Die ist ready. 3 Sekunden hab ich wieder Q. Ich kann die ein bisschen poken. What? Die hab ich gesehen? Ne, die hat mich nicht gesehen. War nicht schlecht. F*** hier. Ich glaube, wir brauchen einfach einen guten... Na, gegen Poppy seit der Säcke ging nicht so schwer, ne? Wir brauchen Heer Reduction, so. Alles. So, Raka Silence. Poppy weh. Selbst nur Schneeball kann mich interroppen mit dem Jump. Das Ding ist halt, ohne die Heer Reduction kommen wir da halt überhaupt nicht durch, so. Und im Endeffekt kann nur ich die kaufen, ne? Das ist halt schon... Hatte Abfragen. Wir haben halt Double Ignite. Also, ich weiß nicht, ob das hilft. Naja. Der Fall wurde ja nur noch ignited, aber... Wenn wir den dann trotzdem nicht in Execute-Range kriegen, dann... Ja. Ist halt einfach leider ziemlich los. Das war halt super close. Oh, oh. Puschen jetzt... Das Ding ist so nach Scheiße, Alter. Ich komme? Ich hab halt keine Ult, ey. Soll jetzt vielleicht auf mich warten, Solo. Achso, du bist gar nicht da. Hab ich gar nicht gesehen. Scheiße. Boah, ih, ey. Puschen jetzt im Mitte-Bot-Range, ja? Ja. Können wir den Blue secure? Oh, der Victor! Kein Flash! Kein Flash! What? Silenced. Holy shit, na. Gegen Sora, Kappa, aber auch noch... Kennen wir niemals die nächste Minute. Wie können wir denn nicht mal den fucking Victor killen? Das ist leider umwacht. Viel zu viel. Fucking hell. Hm. Haben wir so wenig Damage? Oder kamst du nicht ran, Johnny? Ja, wie soll ich da ankommen? Also... Ich hab halt Q&A drauf gemacht, aber... Das ist ja... Boah, der Heal ist so disgusting. Ja, Rainer. Oh, wow. Interrupted. Ich bin jetzt ab. Das Easy Wave clean, Jungs. Let's go, boys. Das haben wir. Victor hier hinten. Jungs. Unser Anexus. Da ist nicht... Oh, nee. Habt ihr noch was für den Victor? Victor, Victor, Victor? Victor, die ist nur ne Poppy. Ich kann nicht ulken! Ah, wette. Mach's auch geil. No. Ist wieder full. Ah, keine Ahnung. Ich hätte wahrscheinlich Vorellis rushen müssen, damit wir irgendeine Chance haben. Scheiß-Trick, Alter. GG. Kade.